Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Hogwarts Legacy. Das hier ist der zweite Versuch das aufzunehmen. Wir haben mittlerweile Januar 2024. Der letzte Versuch war am 28.12.23. Der ist leider aufgrund von technischen Schwierigkeiten missglückt. Ungefähr eine Stunde Aufnahme für die Tonne. Wieso, weshalb, warum erfahrt ihr in einigen Augenblicken. Das Wichtigste zuerst. Diese technischen Probleme können, Stand jetzt, nicht mehr auftreten. Und die Randinformation, die ihr wissen müsst, wie gesagt, zuerst zum Spiel. Wieso, weshalb, warum, sag ich mal. Und dann erstellen wir Charakter, spielen das Tutorial. Ich werde mal so ein bisschen zu tun, als wüsste ich von nichts. Und werde mich hoffentlich wieder genauso entscheiden, wie beim ersten Mal oder zumindest ähnlich. Ich habe normalerweise vier Projekte auf dem Kanal maximal. Zwei Hauptprojekte, sprich heißt, da bin ich hinterher, dass sie immer kommen, wenn sie eingeplant sind. Jeden zweiten Tag, Montag und Dienstag immer ein anderes Projekt. Und zwei Nebenprojekte. Das heißt, Nebenprojekt bedeutet, es kann auch mal ausfallen, wenn ich keine Zeit finde oder krank bin, was auch immer. Mal vielleicht auch mal keine Lust haben aufzunehmen. Kann ja auch passieren. Barnfinders läuft noch eine Weile bis ungefähr März. Wir haben jetzt Januar. Aber das Spiel ist komplett durch. Ich hatte so viel Spaß dabei, dass ich es mehrfach in mehreren Instanzen durchgespielt und aufgenommen habe. Sprich, ich habe einen freien Slot. Den nimmt jetzt Hogwarts Legacy ein. Sprich, ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln. Wir haben ein Spiel mehr. Ich werde ein bisschen was vorproduzieren. Wir nehmen jetzt erstmal ein bis zwei Stunden auf, um zu gucken, wie die Aufnahme diesmal wird. Und dann kommt dann jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag das Ganze. Er sagt, als Nebenprojekt habe ich keine Zeit, bin krank etc. Fällt es gegebenenfalls aus. Kann auch mal eine Woche oder länger sein. Wenn ich das Projekt aus irgendeinem Grund einstampfe, bevor wir es durchgespielt haben, sage ich euch das natürlich in einem kurzen Video. Oder es wird im Community-Tab von meinem YouTube-Channel zu lesen sein. Ich weiß, dass Hogwarts Legacy sehr viel Kontroversen im letzten Jahr ausgelöst hat, als es rauskam. Hier ein klarer Punkt. Ich kenne mich mit Harry Potter nicht aus. Ich habe die Filme mal gesehen vor Jahren. Finde Harry Potter generell sehr cool. Ich mag Fantasy, ich mag Sci-Fi. Das sind so meine Sachen. Obwohl Hogwarts hier mehr in den Fantasy-Bereich fällt. Sprich, ich distanziere hier klar zwischen der Autorin, die die nicht genannt werden darf, und dem Spiel. Ich möchte das Spiel genießen. Ich möchte die Charaktere genießen. Alles andere, was mit der Autorin, die ursprünglich sich Hogwarts und Harry Potter erdacht hat, zu tun hat, davon distanziere ich mich. Sollte irgendjemand versuchen, in den Kommentaren irgendeinen Scheiß loszutreten, aufgrund dessen, dass ich das Spiel spiele, werde ich folgendes tun. Erstens werde ich in YouTube melden, zwecks Hassrede etc., je nachdem, was dort losgetreten wird. Das nur vorab gesagt. Und dann kriegt er von mir einen Bannhammer und darf bei mir auf dem Channel nichts mehr posten, denn solche Leute möchte ich nicht haben in meinen Videos. Damit sei das klargestellt, weg mit dem ganzen Rotz und wir steigen rein in Harry Potter, hätte ich fast gesagt, in Hogwarts Legacy und ins Potter-Universum, in dem ich mich so gut wie nicht auskenne. Ich weiß so ein, zwei Begriffe, ich kenne Hagrid zum Beispiel noch oder Ron Weasley etc., das sind ein paar Namen, die sagen mir noch was oder Hermine und das war's. Wir spielen übrigens die Steam-Version und wir sind aufgenommen worden an der Schule für Hexerei und Zauberei. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für sie abgeholt und werden sie auf ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, vielleicht wissen, Entschuldigung, kleiner Holgerstein dort, verbietet der Erlass von vernunftgemäßen Beschränkungen das Zaubern Minderjähriger, die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elisabeth Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und an der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Keine Ahnung, wann das spielt. Wie gesagt, Weasley ist mir ein Begriff. Die Weasley-Brüder waren aber eigentlich ja Schüler. Jetzt ist die Frage, Nachfahre, Verwandter, keine Ahnung. So, wir können als Junge oder Mädel spielen. Dementsprechend, ich blende nachher auch nochmal, wenn es passt, die Kamera ein. Die lassen wir erstmal aus. Und wir können hier zwischen gewissen Presets wählen. Ich nehme mal den jungen Mann, den hatte ich beim letzten Mal auch. Der hat mir schon relativ gut gefallen. Dann gehen wir hier hinauf. Gesichtsbekleidung. Bitte was? Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Gesichtsbekleidung. Okay. Gut, wahrscheinlich wegen der Brille. Wie sehe ich eigentlich mit Brille aus? Ich meine, ich habe selber eine Brille, aber ich brauche die nur zum Autofahren. Na, vielleicht später. Wir gucken mal. Ähm, Gesichtsformen. Nee, bitte nicht. Hm. Welches Preset hatte ich denn da dann, ne? Nee. Vielleicht nicht ganz so... Ein bisschen mehr scharf kann, Liga. Oh, ist doch ganz okay. Dann Hautfarbe. Ich bin eigentlich immer eher blass. Ja, vielleicht sogar schon ein bisschen zu blass, ne? Ja, ist okay. Machen wir den. Frisur. Ich hätte gerne wie Krytos immer einen Pferdeschwanz, wenn das irgendwie geht. Ich glaube, ich hatte irgendwas in der Richtung gefunden. War das der Fall? Okay, das sieht ein bisschen aus wie Greaser Gang. Wie von, von, ähm... Oh Gott, wie hieß es denn? Ich bin zwar alt, aber... Meine Mutter hat das früher mal geguckt. Ähm... Bloody Dancing. Hm. Gab es doch irgendwas mit... Genau! Den hatte ich. Sehr schön. Und Haarfarbe. Ich habe sonst immer graue Haare, weil ich bin alt. So in etwa. Aber ich würde tatsächlich diesmal andere Haare nehmen. Und zwar grüne, weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Und warum nicht mal abseits der Norm? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich keinen Bart haben darf, aber ich bin halt Teenager. Ich meine, das geht grundsätzlich auch, dass man als Teenager vielleicht schon ein bisschen Flausen hat. Das würde auch gehen, aber... Vielleicht später. Wo war denn mein Grün? Da. Das ist genau mein Grün. Sehr schön. Hier unten noch irgendwas? Nee. Ansonsten. Gesichts...Äh...Farbe. Also so... Das können wir uns mal klemmen. Sommersprossen habe ich auch keine und möchte auch keine. Danke sehr. Dann... Narben... Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Bad Boy, der Narben hat. Vom Hund gebissen oder von einer Katze gekratzt. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Aber das lassen wir mal. Was ich schon sagen kann, die erste Stunde, die ich gespielt habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hab's... Damals. Damals mit TH. Ich hab's damals... Alter, früher. Nee, ich hab's letztes Jahr tatsächlich, wo ich's angetestet hab, mit Maus und Tastatur gespielt. Ich probier's diesmal mit dem Controller und werd dann mal entscheiden, was mir besser liegt. Kann man eigentlich... Oh ja, man kann die Augenbrauenfarbe auch wählen. Das hab ich beim letzten Mal, glaube ich, auch ein bisschen gewitzelt für. Dann müssen wir weiter hier rüber, weil ich hätte gerne dann natürlich auch grüne Augenbrauen, logischerweise. Grüner Augenbrauen? Dunkelgrün? Hallo? Fraffenfreund? Ja, da. Natürlich genau die gleiche Farbe, weil... Kennt ihr das, wenn so Personen... haben so blonde Haare, haben aber voll die schwarzen Augenbrauen? Ich meine, das gibt's auch, aber... Augenfarbe. Nehmen wir da auch grün oder beißt sich das? Können wir rot nehmen oder so? Grün in grün, ne? Lila ist auch cool. Gut. Ich bin kein Vampir, ne? Gibt's sowas überhaupt... Äh... Oh, das hat eigentlich auch ganz schick aus. Wartet. Also voll krass blaue Augen. Ja, wir nehmen das. Das passt ganz gut. So. Stimme 1. Stimme 2 ist, glaube ich, Mädel gewesen, ne? Das war gar nicht schlecht. Das wäre natürlich auch lustig. Aber das führt zu Verwirrung. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Das war gar nicht schlecht. Ja, die ist ganz okay. Schwierigkeitsgrad, Geschichte, auch die Welt bezogen, miteinander, minimale Spezialherausforderungen, leicht, kleines Spiel. Wir nehmen normal. Das passt schon. Das ist absolut legitim. So. Vorname ist klar. Kudos. Nachname ist in dem Fall nicht Lord. Das ist Blödsinn. Eisenfaust. Wer sich fragt, woher das kommt, ich hatte mal eine Facebook-Seite, die hab ich platt gemacht, und irgendwann kam Facebook auf die Idee, naja, Lord ist ja kein Name, du kannst dich nicht Lord Krytos nennen. Ja, aber ich bin, School of Avalon da, da bin ich zur Schule gegangen. Ja, da hat das gut funktioniert, ne? Das haben sie tatsächlich genommen, oder ich bin großer Power Rangers Fan, wer den Kanal sieht oder kennt, der weiß das auch. Meine Ausbildung hab ich bei der Space Patrol Delta gemacht, was natürlich auch komplett fiktiv ist. Soweit prüft keiner nach, aber naja, lassen wir das. Und ich musste angeben, was das ist, und hab ja gesagt, das ist halt Person des öffentlichen Lebens. Aber ich bin keine Hexe, oder Hexer, ich bin Zauberer. Von daher passt das. Und dann beginnen wir mal unsere Reise. Hat einen kleinen Moment gedauert mit der Erstellung? Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Was sagt das Ganze? Sie ist grad nicht. Ach doch, knapp 10 Minuten. Das ist okay, jetzt mit Einleitung und allem dran. Dann halte ich mal kurz die Klappe. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliezer! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Hu-hu-hu-hu. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Liebe nicht hier, Eliezer. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt behaupten, das ist ein Bug, aber da es eine magische Kutsche ist, weil die Pferde halt fehlen, ne? Warner Bros. Games Trademark Avalanche Portkey Games und Wizarding Worlds also Trademark Das hat die Eule nicht runterfällt. Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der fünften Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren trainieren, war hat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Kobos. Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Dein Merlins Bad. Wir haben sie. Halt! Wir wissen nicht, was... Mahlzeit! Scheibenkleister. Oh! Da sind die Ponys. Und weg, Vara. Oder wir. Das ist niedlich. Alles in Ordnung? Naja, geht so. Kurz vor Essig. Da habe ich mich beim letzten Mal schon beömmelt. Mega Power Trank. Ich weiß nicht, ob es die deutsche Übersetzung ist. Wohl bekommst. Es ist grün. Also grün ist immer gut. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Dache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... Bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Kann ich mich doofen? Nee. So. Jetzt nochmal mit Kamera. Es ist etwas später. So. Dann nochmal Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. Und ich erzähle gleich nebenbei so ein bisschen, wie gesagt, wegen Mikro und wieso nicht aufnehmen und etc. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Ich nehme jetzt mal ein bisschen im Voraus auf. Das heißt, wie gesagt, wir haben Anfang Januar um so den 9. heute. Wir werden mal so zwei, drei Sessions machen und dann fange ich erst an, die Folgen rauszuhauen. Und ähnlich wie bei Starfield werde ich nicht wieder 20 Minuten Folgen machen, sondern tatsächlich halbe Stunden folgen. Denn ich gehe mal davon aus, dass das Spiel hier etwas größer ist. Also müssen wir mal schauen. Sehen wir hier noch? Ach ja, genau. Zauberstab. Und dann X? Ne. Ich sage es mit X war wohl nix. Ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang schon richtig meinen Spaß, wo ich das erste Mal gespielt habe. Gute Stunde und dann waren wir durch ein Tutorial durch mit Charaktererstellung. Ein, zwei Sachen kenne ich ja jetzt schon. Da werden wir vielleicht ein bisschen flotter sein. Müssen wir mal schauen. Kann ich da... Oh, sollte vielleicht... Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Was ist, wenn ich nicht will? Ähm. Der Weg nach Hock. Schön aufpassen. Auftrag gestartet. Ah, das ist wegstecken. Das ist Hütteln. Das ist Rollen. Das ist Ausweichen. Okay. Wie ist denn ein Zauber? Oder darf ich noch nicht? Moment. Fessen wir mal die Maus. Nee, ich darf anscheinend noch nicht. Schade. Kann er mal wieder diesen machen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob das mit der Kamera so okay ist. Oder ob ihr sagt, naja, vielleicht doch besser ohne. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Ach ja. Ach ja, das Wasser war so laut. Ich vergaß. Wasserfall halt, ne? Ja, das ist meistens mit Dingen, die man dann wieder findet. Sie wurden vergessen. So, was ihr nicht vergessen solltet, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt dem Video doch mal ein Like. Ja, ja, gleich. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlusses kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfort. Hier lang. Ich war schon zu schnell. War schon hier unten. Hat ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jeder andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Hm. Da ist was dran. Hm? Ach so. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Mhm. ZR. Ach so. Tipp. Okay. Verstehe. Stimmt. Nutzte die Kamera. Mhm. Mhm. Ja. Fliegen wir hin. Wir können uns drehen und das, was im Fokus ist, was ich den weißen Rand habe. Komm mir vor, wie so ein Zauberer. Nein, wie so ein Zauberer. Das Wort, was ich gesucht habe, war... Oh. Wir können übrigens nicht runterfallen. Das habe ich auch beim letzten Mal getestet. Also es gibt hier Alpha-Wände. Sicherlich gibt es die Möglichkeit, sich vielleicht runterzubacken und zu glitchen, aber das lassen wir mal lieber. Ähm, ja. Und eigentlich... Waaah. Ähm, ja. Genau, Cow, Cow, Cowboy war das Wort, was ich gesucht habe. Naja. Geht so. Komm ich da hoch? Da komme ich nicht hoch. Aktuell total sinnlos, wie die ganze Zeit der Band. Ah, da oben. Ja, ja. Dann gehen wir mal hoch. Für sein Alter, also... Alter. Scheint eher ganz... Ich weiß ja nicht, wie alt der Professor ist, aber er scheint ein bisschen älter zu sein. Ist ja ganz flink, ne? Also immer gut zu Fuß und so. Immer gut erkunden, weil sonst übersieht man Dinge. Wie das hier. 52 Münzen. Keine Ahnung, wie die Währung hier heißt. Geld, Gold, keine Ahnung. Immer schön rumgucken. Man findet dann Sachen, die man eventuell sonst vergisst. Über sie. Ich meine, das sind jetzt nur ein paar Münzen, aber später können das legendäre Gegenstände sein oder so. Bleiben Sie ruhig. Ja. Reparo. Schreibt mich hier an, ich soll ruhig bleiben. Ja, mach doch so einen Stress. Kann ich da eigentlich... Achso. Das finde ich ganz cool. Man kann mit einer Taste die aktuelle Aufgabe einblenden, kann sie sich durchlesen. Habt ihr ja gerade gesehen. Die sollten mich hier so gedrückt halten, sollen ihm folgen. Fortschüssel. Finde ich cool. Generell ist das Spiel sehr gut durchdacht, wenn ich das so... Was? Es ist so laut, ich verstehe dich nicht! Nach rechts soll ich gehen, ist okay! Ne, also generell, was ich bis jetzt gespielt habe, auch wenn es nur eine Stunde ist, kann ich sagen, ist das sehr gut durchdacht, soweit ich das sehen konnte. Sehr stimmig und so weiter. Also gerade die Einleitung... Das hier... Kann ich das mitnehmen? Ne, ne? Kann ich auch nicht fokussieren. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Das sieht so aus wie... Will ich haben, aber kann ich nicht. Das ist halt das Blöde. Schade eigentlich. Wir hatten auch ganz sanft an das Spiel rangeführt, so nach und nach. Finde ich cool. Neigt ja auch immer bei solchen Sachen immer so mit runter zu schielen, so wo es da eigentlich nicht runter geht. Also in so einem 3D-Spiel immer so vorzubeugen. Ich habe da mal diese Macke. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Port-Schlüssel hat uns hierher geführt. Musik funktioniert. Halten wir die Bogen auf nach Estas nicht hergeführt. Wir gehören nicht hierher. Ist das okay? Passt das? Die Minikarte zeigt die Umgebung in der Mitte. Dies ist ein aktuelles Ziel. Haltet und gedrückt und auf oder aufzuschalten. Das haben wir schon gemacht. Wir sind dabei. Jetzt haben wir den Minimap. Die eigentlich aufheben. Ne, ne? Schade. Punkt. Sehr gut. Können uns das ja angucken, ne? Professor, es ist eine Art Wandbild. Ja, natürlich ist es ein Wandbild. Das sehe ich das selber. Vielleicht hellseerisch begabt. Interessant. Ne? Da brauche ich kein Hellseer sozusagen auch kein Doc. Da brauche ich kein Doktor-Titel oder Professor zu sein, dass das ein Wandbild ist, Mann. oder meint er, weil wegen den Tarot-Karten hellseerisch begabt. Hm. Naja. Macht einfach zu viel Spaß, die Vasen zu zerdeppern. Das tut mir leid. Der Kollege gehört hier nicht her. Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Möglich. Oh, sind Zeichen drauf, ne? Das Sternzeichen. Äh, das sind, das sind Sternbilder, oder? Kann das sein? Kann es nicht genau erkennen. Punkt. Kann er mal. Bin mir noch ein bisschen unsicher mit der Kamera. Ob überhaupt und wenn, ja wann einschalten. Da wollen wir lang. Wir müssen ja aufräumen. Überall Dreck, der rumliegt. Hm. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Joa, ich habe keine Ahnung. Wir finden es bestimmt gleich heraus. Ähm, Truhe? Was ist das? Professor Feig? Hoff? Chef, ich habe was gefunden. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Das ist Merlins Namen. Das weiß ich doch nicht. Mein Gott, Ricks Herz. Das weiß ich doch nicht.